komm raus hier Der geborene, wie hörst du hier? Hallöchen Na? Was geht ab? Sag mal, Beek, wo willst du denn hin? Geh in die Mitte Damage when? Beek, damage when? Komm zurück hier Komm Put, put, put Komm jetzt hier, du komischer Trollkopf Guten Morgen, Lotus Du nennst den Hellboy, okay Ich finde, der sieht halt auch wirklich so aus Gar nicht stressig, der Beek gerade, er Zumindest bei mir von dem Tastmanager Details für die Uhr zugehört, ich halte zu weisen Zippe Uhr Okay Ja okay, pack deine blöde Kette wieder ein So ein Blöde Arsch, der ist big air So Was machen wir denn jetzt als nächstes? Wenn wir den saunieren und gehen dann hoch Ja 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 Machen wir mal Huch, wann habe ich den denn gespriggert? Hallo Hallo Bleiben die jetzt eigentlich für immer drinne? So Sornil und Stahlluchs und sowas Oder sind die auch nur vorübergehend? Weil die sind ja jetzt doch schon eine ganze Weile da drunter, ne? Na, ich halt auch nicht, deswegen Aber ich fand Peturum jetzt nicht so scheiße Also wir meinen, da hätten die den auch drunter lassen können Kein Frischspinner, die Bosse Ich bin so Was ist das? Also wir können die Bosse Und dann Also wir können die Bosse Wir müssen die Bosse Wir müssen die Bosse Und dann Wir müssen die Bosse Wir müssen die Bosse So, down. Dann Stumpfbaum. Wow, wie schnell wir jetzt die Bosse gemacht haben, easy peasy. Das ging ja super schnell. Boah, ich habe jetzt auch von diesen Dingsbum-Splittern so viele von diesen Kristall-Splittern für Season. Warte mal, habe ich vergessen, das Ding anzumachen? Wie haben wir jetzt davon? 79 Stück. Haben wir jetzt so. 115? Hm, nice. Sind wir ja gut dabei, ja? So ein Podgrind hat ja auch Vorteile, wa? So, komm raus hier. Du alte Busstrommel. Lass mich dich hitten. Pentovala Inc. Schaffen wir schon, ey. Wenn schon kein Pod, dann wenigstens die Scheiße. Irgendwelche Vorteile muss es hier haben. Hm, 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 hm. Wie. Wie. Wir sind es in der Verwechung. Wir sind hier und ich bin hier. Wir sind hier und ich bin hier. 30 bis 40 FPS weniger, wenn du die Haken rein machst, oder was? Na, na. Startschwierigkeiten. Motor sprang nicht an. A feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. 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 Es ist noch ein hier, warte, ich gucke gleich. Ah, was hast du geschickt, warte? Aha. Kuponkot? Okay. Geht das ab dem 17. Ja, noch vier Tage, Isi. Na, Isi Filut? Alles gut bei dir? Wahrscheinlich PC-abhängig, oder, die Einstellung. Ja, alles super soweit, waren gerade treffbar so, haben wir uns schon ein Argris verballert in Österreich. Fleißig, fleißig, wie wir sind. Oh, ein Überbleibsel. Oh, ein Überbleibsel. Gecks. Ich sag ja, ich stopp jeden Shit, nur keinen Pott. Isi, 100 Mille, oder? Das kostet ja ein bisschen momentan. 155. Shit, drop man ja auch in den Pott. Warte mal, was habe ich denn jetzt hier noch offen? Eigentlich nur hier unten, oder, die beiden? Irgendeinen habe ich übersehen, oder? Warte mal, viele habe ich noch offen? Drei Stück. Einen habe ich übersehen. Habe ich schon wieder Potturum übersehen? Irgendetwas habe ich hier. Warte mal. Ich habe Potturum schon wieder übersehen. Dabei habe ich zuerst in der Wüste geguckt. Oh, jeig, das habe ich echt übersehen. Bashim. Ja gut, scheiß drauf. Den kann ich da immer noch machen. Da machen wir jetzt Ronin. Da habe ich zuerst in der Wüste geschaut, ne? Tuch. In der Wüste aber nicht bei Bashim. Doch, ist doch bei Bashim. Oh, shit, wir sind in der Kalbjörn. Ich desche mal nicht lang, weil, äh, ne? Jetzt brechen wir uns noch das Genick hier. Mit den Kernen. Okay, aber der ist trotzdem bei Bashim, laut Kater. Sascha. Ciao. Hier. Zwischen Griekam und zwischen Bashim. Guten Morgen, Eam. Ich weiß, dass Bashim nicht in der Wüste ist. Hä? Ja, ich weiß, Sascha. Äh, Nia wird heute Abend, äh, mitkommen. Kalkjang. Ich wollte dich noch bei Discord anschreiben, aber jetzt, wo du eh da bist. Geht nicht. Ja. Geburtstagsparty. Na gut. Na gut. Für ein gruseliges Bild. Das ist doch kein gruseliges Bild. Das ist doch nur jemand, der sich die Augen zuhält und seine Hände aufgeschnitten hat. Es ist irgendein Bild, irgendwas. Ja, schade. Ja, dann vielleicht beim nächsten Mal näher. Ich bin ja super ausgerüstet, ne, zum Jagen. Hier, ich als Grinder, renne natürlich mit einer plus 10, äh, Fachmannmuskete rum. Aber nur in einer ungeplosteten Jägerkleidung. So, ja, ja, und Überbleibsel. Ich verkaufe dir mittlerweile. Ich habe ja noch zwei Überbleibsel im Lager liegen. Weil ich für die Lahn eigentlich auch noch eine Blackstar bauen wollte. Das muss aber gerade erst mal hinten anstehen, ne? Ich bin so gruselig, das Bild. Ich finde das gar nicht gruselig, ich finde das gar nicht gruselig. Oh, hallo, miru. Wir sehen uns bald wieder. Bald gehört ihr alle wieder mir. Dann der will 65 eng. Halt. Halt. Äh, was brauche ich nochmal für die ferigessischen Lachtmesser, oder? Nein, es ist passiert. Ach, wie ich das hasse. Ah, ich hasse das. Mann, ey. Gelber Messer. Sieht so aus, als wenn er sich Blut spucken. Guten Morgen, Dinoxie. Na, kleiner Wizard, wie geht's dir? Ich habe Gecko vorhin schon gefragt, ob ihr mitkommen wollt heute Abend Kalkjagen. Oha, was versuchst du denn zu machen? Also hast du verschiedene Schmuckteile probiert, oder eins? Heute Abend, hm? Ihr habt doch keinen Siege, oder? Oha, ich habe einen Crescent Ring. Ach, fuck. Zehn Bille? Boah. Kannst du mal deinen Lanz aus meinem Bauch nehmen? Bledaroni? Ja, ich ergrinde mir das ja alles immer, ich kaufe mir die Schmuckteile nicht. Also die einzelnen zum Abnehmen, die kaufe ich mir ja nicht. Ich ergrinde die ja in der Regel. Ich sollte merken, aber du bist gerade nicht so groß. Okay. Dieser Typ, ne, hier. Yes. Der und seine blöde Lanze. Ohne Witz. So. Blödes Vieh. Gerbermesser brauche ich also. Ja, warte, was habe ich denn dabei? Ich habe ein magisches noch dabei. Ich habe noch eins dabei. Oh, der Versuch auf der Basis. Was los, Sascha? Achso, wegen Karazitmenze? Ach, Schmuck ist halt für den Hintern. Ich sag ja immer wieder, Schmuck ist ne Biatsch. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Bis zum nächsten Mal. Ich kenne nichts dafür, wenn du meine Sprüche alle kennst. Ich kenne nichts. Verdammt. Nee, 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 nee. Auf geht's in der Wand, Stippe. Zumindest immer mal wieder so ein bisschen. Vielleicht droppt ja was. Hoffentlich bin ich nicht diesmal wieder im Karma-Verlust, so wie die letzten Male. Ja, hauptsächlich mache ich momentan jetzt Shira. Die anderen Spots auch, aber hauptsächlich momentan Shira. Ich mache ja auch beide Pots. Shira habe ich... Jeder hat irgendwie um mich herum Shira. Nur ich habe den Scheiß-Pot nicht von Shira, ey. Das ist voll nervisch. Ja, ja. Hm? Das macht nicht besser, wenn du mir den Ingame schickst. Dafür kommt der Baby auch nicht. Die komische Drüse, ey. 30 Stunden. Na, ich bin bei 34 gerade. 30 ist okay, klar. Ich habe heute Morgen schon ganz andere Zahlen gesehen hier, ey. Ist hier jemand Fierikers am Gathern? So, was haben wir denn hier? Warte mal. Gut. Lina. Dann überbleibste. Yikes. Und Kunch. Vorher habe ich das bloß gewusst. Mmmmm. Oh, nicht besser? Okay. Läuft der richtig rückwärts hier. Na, wenigstens ein Layton. Wenigstens irgendwas, das bisschen was bringt. Aber 320 Yoga ist Staub, ja. Easy peasy. Habe ich nicht hier irgendwo. Oh, schon mal hier sind wir. Ja. Gucken wir nachher, dass es hier heute gut geht. Und ihr so? Nicht, soll ich jetzt schon meine Riftbosse erledigen? Agri ist schon weggegrindet. War ja produktiv, der Vormittag. Okay. Ja. Sollte ich vielleicht echt, oder? Ja. 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 Wir sind ja nicht morgens. Ja. Oh, vollques ist das neunleitig. Da ist glaub ich, dass wer das trinklt? anscheinend noch nicht andrea andrea ohne es wenn man ausrufezeichen dollar aber warum hast du null wie geht das denn ich hätte schon dazu gezählt oder das ist ja crazy ich gucke mir die nachher noch mal an wundert mich zwar aber gucke ich mir mal später an warte kurz das kriegen wir aber hin wo waren das noch mal möchte ich jetzt finde so auf die schnelle da kann ich dich nicht suchen ja ist okay 40 minuten ich habe bei nuva gerade keinen char stehen findest nuva nicht hol dir doch beim oasis händler ein kompass für ein silber da guck mal beim steil beim steil müsste doch ellie rumstehen da steht doch auch in ellie rumstehen da steht auch in ellie rumstehen aber die oder sein Kompassor? Valencia? Ja nicht, dass sie sich dann nach Valencia verläuft. Ja, oder du wartest bis Nuva spawnt. So schnell es Nuva ja nicht tut. Ja, wartet einfach bis Nuva spawnt. Das passt schon.